Hallo Leute bei 4Players in Dornbien. Heute machen wir wieder mal ein Unboxing von Tekken 7, die Special Edition. So, ihr könnt mal sehen was die Collector Edition so bietet. Also richtig geile Edition für jeden einzelnen Tekken Fan. Übrigens wisst ihr was Tekken bedeutet? Eiserner Faust. Also die Box ist mal sehr hochwertig verarbeitet worden. So, da sieht man schon mal den Inhalt. Eine wunderschöne Steelbook Verpackung. Das spielt natürlich. So, jetzt kommt mehr ein. Ja genau. Allerdings ist der Season Pass dabei. Der Soundtrack ist dabei. Aber das Highlight Niko ist die Figur von Hayashi und Kazuya Mishima. Bro, hebst du die Box bitte? Also. Oh, das sieht ja mega aus. Bist du. Übernehme die Kontrolle im Ultraltar-Stategie-Shooter. Wird Schluss auspacken? Wird Schluss auspacken? Wird Schluss auspacken? Nee, nee, mach du. Spiel über das Tekken. Muss man natürlich auspacken, aber da ist alles voll irrt noch. Boah, der hat sich überall mit X aus. Halt schon, Sentinel ist. Super. Wann ist das letzte Tekken-Spiel rausgekommen, Nico? Also das letzte Tekken-Spiel von der Story ist 2009 mit Tekken 6 rausgekommen und Tekken-Tag-Tournament kam 2012 raus für die Playstation 3. Und das ist jetzt zum Beispiel der neueste Teil. Tekken 7. Aber beide Editions, sowohl die Playstation 4, sowohl auch die Playstation 2, sowohl die 2 Editions haben, andere Editions. Ja, natürlich. Ach so, jetzt muss ich das schickst du hier, oder? Ja, genau. Da unten nochmal. Das hat man ja Bomben sicher verpackt, ey. Warte mal. Ja, ihr wisst. Ja, ihr wisst. Boah, das ist richtig fresh, Mann, ey. Yo, Leute, die Figur ist richtig krass, ey. Uh. Uhhh, der wiegt auch total, also ein paar Kilo wiegt er auf jeden Fall, detailgetreu natürlich gemacht, echt richtig hammer. Ja, das war's Leute mit dem Unboxing, ab sofort erhältlich bei VPLERS in Dornland, macht's gut, wir sehen uns, Peace!